So, diesmal pünktlich beigeschaltet. Ja, im Moment sieht es so aus, als würden wir eins gegen... Ja, zwei gegen einen. Und der hat nochmal eine schlechte Verbindung. Oh ja, jetzt werden es mehr. Ja, ich habe ein paar Leute in den Clan eingeladen. Ich will jetzt mal ein paar Mitglieder haben. Okay, vier gegen vier. Kacke, die haben bei mir ganz schlechte Verbindungen. Das ist natürlich... Gut, aber habe ich manchmal auch mal dieses... Wenn das ruckelt, dann bin ich auch auf rot, habe ich mal festgestellt. Durch Zufall mal beim... Während dem Ruckeln gerade reingeguckt. Wow. Aber es sieht so aus, als würde da keiner lang gehen. Weshalb ich jetzt mal... Hier lang gehe. Puh, sehr schön. Das waren schon mal zwei für mich. Oh fuck. Eine Granate, im Ernst? Okay. Hätte ich auch drauf kommen können. Die Granaten sind ja jetzt nicht so... Ungewöhnlich. Aber sie kamen... Immer noch von hier. Was die Vermutung nahe legt, dass die auch... Verdammt. Ich meine... Die auch noch reingekommen können. Sehr schön. Da haben wir doch... Wieder ein paar schöne Kills zusammen. Verdammt. Er ist... Er ist gut. Dieser Sam 44 ist auch nicht schlecht. Wo muss ich denn mal anfangen? Wo hat der drauf geschossen? Verdammt. Gott, da kriegt man dann mal einen Anfall. Wenn dann irgendwo Schüsse fallen und man weiß nicht von wem wohin. Ja. Klar. Er respawned. Wieso schieße ich da überhaupt drauf? Wieso habe ich die nicht getroffen? Ich hätte die treffen müssen. Verdammt. Was geht denn jetzt ab? Irgendwo läuft hier doch was gerade schief. Das ist doch nicht mehr normal, dass man da nicht trifft. Die anderen können auch treffen, wenn sie wieder respawnen. Komisch, dass da keiner weiterer mitgekommen ist. Im Ernst? Wie hat der mich hier gesehen? Alter! Wie kann man denn mich da sehen? Das ist doch... Die haben doch oft Glück gefeuert. Streu irgendwie sonst was. Am besten noch. Da sind sie jetzt aber nicht mehr. Fuck! Okay. Das nervt. Aber ich stehe mal ein bisschen mit den Granaten. Ist zur Hölle. Komm nur hoch. Fuck! Spät geschossen. Irgendwie... Will es gerade doch nicht so. Was ist denn hier los? Im Moment läuft es gerade überhaupt nicht. Ah, klasse. Da kommt von irgendeinem ein und achtet man nicht drauf. So, Müll. Denkt man immer gar nicht dran. Na gut, denkt man schon dran, aber... Also, es geht doch. Juhu. Juhu. Okay. Jetzt dürfte ich eigentlich wieder... Fast ausgeglichen. Fast. Man down. Get me down. Hm. Da war ich knapp dran an ausgeglichen. Ja. Das ist, wenn die Waffe nach oben zieht. Ah. Verdammt. So. Scheiße. Nicht genau aufgepasst. Ach, ja. Ja. Hm. Das ist die Frage. Verdammt. Nein! So ein Müll. Dafür kriege ich die jetzt. Ich renne die von hinten über den Haufen. Hoffe ich zumindest mal, dass es funktioniert. Alter! Das ist doch mal krass, dass es nicht funktioniert hat. Wahrscheinlich gesehen, ja. Hm. Okay. Verdammt. Müsst du mich jetzt verarschen, oder wie? Ich renne die mit. Oh. War das ein Double? Ne, jo. Ich war ein Double. Sehr schön. Okay. Ich weiß, wo er sitzt. Nach. Verdammt. Okay. Okay. Blöd, dass denn da oben einer kam. Verdammte Hacke. Verdammt. 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 Das ist doch ein Müll. Oh, Kacke. Ich weiß zumindest, wo sie sind. Ich weiß zumindest, wo sie sind. Mensch, Glück. Fuck. Ach, Mann. Wieso läuft das denn jetzt nicht mehr? Mist. Mal funktioniert es ganz gut, eine Runde, und mal nicht. Da hin würde ich auf keinen Fall gehen, normalerweise. Also. Wow. Ohne Anschlag. Verdammt. Da war doch ein Treffer markiert. Naja. Okay. Wow. Komm schon. Das ist doch echt mies, wenn die da noch ihren Spawnschutz haben. Okay. Jetzt geht es hier rum. Sehr schön. Doch funktioniert. Hier scheinen sie nicht zu sein. Fuck. Das gibt's nicht. Alter, wo kamen die denn her? Boah. Dieser X-Soldier. Das ist doch ein Müll. Oh, Mann. Das funktioniert grad nicht. Ich frage es jetzt nur, wieso. Schade. Schade, 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 dass es nur einer war. Den anderen dürfte ich aber jetzt kriegen. Tango down. Da ist er. Ah, fuck. Immer dieses... Dass das immer runter geht, nervt. So. Auf jeden Fall weiß ich, dass die jetzt hier lang kommen. Ey, nee. Boah. Da kriegst du doch einen zu viel hier. Was ist mit dem los? Der stirbt grad beim Wieder-Einstieg. So ein Mist. So ein Mist.